Yo, was geht ab? Jawohl, Kapitän. Ihr wisst Bescheid, Bratan. Natürlich, dieses Mal sehen wir von unserem Musikstudio. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ey, Leute, glaubt mir, ich habe so lange gekämpft, dass wir endlich mal unsere Musikstudio zum Start bringen. Die erste Musik haben wir natürlich rausgebracht mit eigener Kampagne, mit eigener Musikstudio. Geil, das hat uns richtig Spaß gemacht und so weiter und so fort. Ja, und wir nehmen bei uns, also Mix und Master machen wir auch natürlich alles selbst, alles eigene Kampagnen, alles eigene Kampagnen. Wenn ihr Interesse habt, natürlich schreiben, anrufen, E-Mail schreiben, ist gar kein Problem und wir werden euch begeistern. Wir machen eigentlich komplette Pakete. Ihr wisst Bescheid, in dem Sinne, Java und Kapitän, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.